Samsung N510 im Grafiktest. Das Spiel Rappels startet gerade. Das ist eine Art Rollenspiel, ähnlich wie World of Warcraft. Die Benutzung des externen Munizors habe ich versucht. Der hat aber leider nicht so eine hohe Auflösung, dass man das... So sieht es dann halt aus, wenn man die Grafik hochstellt. Hier sieht man die Blätter und Bäume durch den Wald. Allerdings ist es nicht so gut, sagen wir mal, wenn man hier das einzelne Blatt betrachtet, dass man darauf noch viele Strukturen sehen könnte. Aber es ist schon schön. Hier die Blumen zum Beispiel. Auch sehr nett gemacht. Also mir hat das Spiel gefallen. Es ist wie gesagt ein Rollenspiel. Da kann man mal einen kleinen Hahn angreifen. Wie er das denn... Da wird es schon ein bisschen schwieriger und nakelt ein wenig bei der ganz hohen Grafikauflösung. Da wird man wahrscheinlich nicht so mitspielen können. Vor allem nicht, wenn man mit mehreren dann meinetwegen ein großes Monster angreift. Hier soll das alles noch mal gehen. Kein Problem. Die Viecher sind hier auch noch nicht schwer zu besiegen. Sollte aber auch nur ein kleiner Grafikeindruck sein hier von der ganzen Geschichte von dem Spiel Rappels, das mir persönlich ganz gut gefallen hat. Schreibt sich im Ende mit Z. Das verlinke ich aber auch in meinem Artikel nochmal. So dass ihr da euch auch selbst ein Bild machen könnt. Wenn ihr wollt, der Download ist 1,4 GB groß. So dass man sich das eigentlich antun kann, wenn man eine halbwegs schnelle DSL-Leitung hat. Dann kommen wir gleich mal zum nächsten Spiel. . . . . Vielen Dank.